Die Temperaturen liegen bei minus 2 Grad Celsius. Das Wetter ist soweit sehr trocken. Wir haben einen sehr stabilen Luftdruck um die 1035 Hektopascal gemessen. Der Himmel ist wolkenlos. In den nächtlichen Stunden hatten wir etwas Nebel bis in den Morgenstunden. Es bildet sich etwas raureif an den Bäumen bis um 39. Das Wetter geschehen und die Wettervorhersage für morgen und übermorgen. Wir haben einen Luftdruck bei 1035 Hektopascal. Sehr trockenes Wetter. Kein Wind. Die messbaren Windgeschwindigkeiten werden ungefähr bei 2 kmh bis 8 kmh in den Böen liegen. Die Temperaturen des Nächten gehen runter bis minus 5 Grad Celsius. Und am Tage liegen die Temperaturen bei 3 bis 5 Grad Celsius. Das war es erstmal von euer Scotty aus Eberswalde. Schönes Wochenende.